Musikschule im Kindergarten, weit täuscht. Musik mit Babys, älteren Babys singen, ältere Kinder singen, Rhythmik, das alles ist vorgestellt worden an einem Samstagvormittag und zahlreich sind diese Leute gekommen. Und ich habe zuerst Anja Oberfrank gefragt, was denn da sage ich mal Zigi. Wir stellen heute unsere vier Fächer für kleine Kinder vor, vom Alter von sechs Monaten bis eigentlich zur ersten Klasse und Eltern. Eltern, ja. Ich stelle das Eltern-Baby-Singen vor, das haben wir neu dieses Jahr zum ersten Mal. Es startet im Februar und ja, ist eigentlich das Angebot für Kinder ab sechs Monaten. Also ab sechs Monaten, da kommst du mit den Müttern her, oder? Genau, Begleitperson, einfach mit Mama oder Papa, einfach die Bezugsperson und ja, ist ab sechs Monaten bis zum zweiten Lebensjahr. Und da geht es eigentlich darum, dass man so kleine Knie-Reiter spielen, Tänze, Wiegenlieder, Schlaflieder, einfach das Singen wieder klein in den Alltag eingebaut wird. Das sind einfach Anregungen für die Eltern, damit sie zu Hause wieder Möglichkeiten haben und ein Werkzeug haben, damit die Kinder wieder klein singen und Musik ins Haus zu holen. Hast du selber auch Kinder? Hast du Erfahrung auf diesem Bereich? Ja, ich habe selber auch einen Sohn. Du bist Kindergärtnerin, gell? Genau. Und Musikliederin? Genau. Also du kommst auch zu Mama, wenn du das so könntest, auch. Hast du dir immer gewünscht, dass es so etwas gibt? Genau. Also ich habe damals, als mein Sohn klein war, immer recht viel gesungen und ich habe auch das Gefühl, ich habe viel mit Singen richten können, wenn er krank war oder wenn er traurig war. Und ich habe eigentlich ganz viele Emotionen auch mit dem Singen umbringen können und ja, trösten, fröhliche Liedli singen. Einfach, also ich habe das Gefühl, man kann mit Musik und mit Singen, mit kleinen Kindern ja ganz viel machen. Und wenn du dann drin bist im Kreis und du machst etwas mit vollem Engagement, oh nein, es geht einfach weg oder blüht oder die Mama kommt oder so, du kannst mit dem umgehen. Ja, also ich habe einfach das Gefühl, ja, die Situation, es ist keine Lektion wie die andere und es ist immer ein bisschen Flexibilität gefragt. Und ich habe das Gefühl, es ist ganz wichtig, dass man auf die Situationen, wo in der Lektion sind, eingeht und einfach schaut, was man aus der Lektion denn macht. So genau planen kann man das gar nicht. Kann man wohl laut sagen, gell? Wir filmen zwei, drei Passagen und das ist wirklich die Lektion ein bisschen anders. Rebecca, was machst du denn du? Ich habe ein bisschen die älteren Kinder und zwar kommen sie zu mir am Dienstag in die Rhythmik. Dort kann man so ab dreieinhalb Jahre kommen. In der Rhythmik tun wir tanzen, wir singen viel, wir tun Instrumente, wir brauchen Klanggeschichten umsetzen mit Instrumenten. Genau, wir tun rhythmisch laufen, sie lernen sich frei bewegen. Aufeinander schauen, aufeinander hören. Genau, als Gruppen. Rhythmik heisst nicht, man muss zuhause einfach rhythmisch sein. Nein, nein, genau, genau. Nein, es soll die Freude an der Musik speziell wecken. Aber Musik mit Bewegung kombiniert, das ist ganz wichtig in der Rhythmik, weil das geht einfach so in Fleisch und Blut über. Genau, und da sind jetzt Kinder aber ohne Eltern, da kommen sie allein, da haben wir ein Gruppchen. Und ja, feiern eine Lektion Musik. Das ist wirklich eine ganz gefreute Lektion immer. Und immer vielfältig, gell? Ja. Du kumpfst, du singst, du schreist, du spielst, du spielst, du spielst Klavier, Gitarre. Genau, genau. Also das lebendige Element spielt eine grosse Rolle. Ja, genau, genau. Und eben einfach das Freie bewegen. Wir machen noch nicht so eine steife Tänzchen, wo jeder Schritt muss stimmen. Es soll sehr Betonung auf Freilich, eben zu der Musik sich gerne bewegen, gerne singen, gerne mit Instrumenten etwas darstellen. Genau, das Experimentieren ist auch sehr im Vordergrund da. Das ist immer sehr wichtig, dass Musik emotionisch ist. Ich stelle mir vielmals leider immer fest, gerade Musiklehrerinnen sagen immer, oh, das falsche Töne, oh, etwas ist nicht ganz geraten. Das ist doch völlig unwichtig. Genau. Ob wir so Versprechen haben, ob man sich mal daneben bewegt, ob man vielleicht mal daneben singt und spielt. Weil im Grund genug macht man vieles grosses Theater aus Fehlern, oder? Ja, genau. Also in der Rhythmik gibt es keinen Fehler, da kann man nichts falsch machen. Genau, es soll wirklich Betonung aufs Miteinander, auf Miteinander. Miteinander musizieren, ein Erlebnis haben, auf dem ist eigentlich der Schwerpunkt. Und Fehler gibt es keine. Eben, gell. Genau. Im Kinderchor, dort geht es dann schon so ein bisschen mehr, dass das Töne halt ein bisschen stimmen müssen. Das gebe ich auch am Dienstag. Da habe ich zwei Gruppen, wir sind Zuguss. Zuguss heisst Singen und Geniessen und Spass haben. Übersetzt, genau. Und da haben wir zwei Gruppen, insgesamt sind es etwa 25 Kinder. Und da schauen wir dann natürlich schon, dass es ein bisschen gut klingt. Wir haben Auftritte, jetzt gerade im Weihnachtskonzert im Dezember. Bei Firmenanlässe sind wir jetzt auch schon angefragt worden. Und da geht es dann schon so ein bisschen mehr. Da singen wir ein und die Lieder möglichst schön präsentieren. Aber auch da darf es fehlen gehen, natürlich. Und gibt es noch irgendetwas, gell. Ist das das Büchlein beim Baby singen? Anja, kannst du das mal vorstellen? Der Burkhard, gell, ist ein bisschen ein Feigling. Also er war vor einem Tag, es ging, oder? Er hat uns das Büchlein überlassen. Und du musst jetzt ein bisschen erzählen, was er da gegründet hat. Genau. Der Burkhard Steger hat... Kannst du das Büchlein noch zeigen? Ja, den holen wir jetzt doch noch. Wir sind ja da spontan unterwegs. Genau. Genau. Der Burkhard Steger hat sich Gedanken gemacht, weil einfach, ja, wir haben festgestellt, dass immer weniger Musik daheim gemacht wird. Dass im Elternhaus einfach Zeit fehlt oder dass viele Eltern einfach, ja, nur so den Zugang zur Musik und seine Kinderliedern haben. Und jetzt hat er sich angeguckt und hat ganz ein tolles Liederbüchle zusammengestellt mit ganz vielen Kinderliedern, wo einfach eigentlich schon seit, ja, von Anfang an von der Schwangerschaft weg, in der frühkindlichen Zeit die Eltern und die Kinder begleiten können. Das heisst, wenn du singst in der Schwangerschaft, hast du ein musikalisches Kind? Oder die Chance ist grösser? Oder ist das? Nein, nicht wirklich. Also da gibt es eigentlich keine wissenschaftliche These, dass das irgendwie bewiesen ist. Oder da gibt es nicht wirklich irgendwas, dass man sagen kann, wenn man mehr singt in der Schwangerschaft, dass Kinder nachher musikalisch sind. Aber es geht um die Bindung. Und die frühkindliche Bindung kann man mit Musik extrem gut aufbauen. Also gerade Musik macht eine wunderschöne Bindung zwischen Eltern und Kind. Und ich habe das Gefühl, dass das heutzutage die Bindung zwischen Eltern und Kind ganz wichtig ist. Später auch für Pubertät oder für schwierige Situationen im Alltag, wenn die Bindung zwischen den Eltern und den Kindern stimmt, dann ist einfach vieles halb so schlimm. Mann, Anja, du könntest irgendwie Psychologin sein. Und der Burkhard kann froh sein. Wie kommt man das Büchle vom Burkhard her? Es gibt einen Link. Bei der Musikschule? Nein, über den Burkhard. Da müsste man den Burkhard noch fragen. Genau, den fragen wir und blendet sie ein. Genau, und bei dem Link kann man draufklicken und man kann die Lieder auch anhören. Für alle, die keinen Orten können, das ist überhaupt kein Problem. Und es müssen auch die Töne, wie die Rebekka vorher schon gesagt hat, überhaupt nicht stimmen. Es geht darum, um das Singen und eine Freude hier mit den Kindern und mit den Babys in der Schwangerschaft, mit kleinen Kindern und mit grossen Kindern. Ein weiteres Angebot ist nach dem Eltern-Baby-Singen als Eltern-Kind-Singen. Das ist für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr bis zum vierten Lebensjahr auch jeweils mit einer Bezugsperson, mit Mama, Papa oder auch Großeltern oder Tante oder Onkel. Also da kann mitkommen, wer möchte, aber es ist einfach wichtig, dass eine Bezugsperson dabei ist. Beim Eltern-Kind-Singen geht es denen schon ein bisschen drum. Dort lernen wir schon die ersten Instrumente kennen und Kinder kommen selber ins Tour. Das heißt, sie fangen selber an, sich bewegen, sie fangen selber an zum Liedli singen, zum Nachsingen und ja, sie bringen dort schon sehr viel mit, wo sie sich einbringen können in die Lektion. Anders als beim Baby-Singen, wo es eigentlich für die Babys ist, ist es beim Eltern-Kind-Singen schon ganz intensiv mit den Kindern. Ja, so viel zu dem. Ein reichhaltiges und interessantes Angebot. Ein hofer Eltern sind keine Väter und Mütter, Kinder, Babys bis zum Kindergarten, 1. Klasse. Wir haben gefilmt, ein paar Eindrücke, allerdings ohne Kinder zu filmen. Die Ein Players-Kind-Singen, und wackeln mit dem Arm. Ich schütze meine Schulter und meine Hände ab. Ich rette meine Arme, die meine Wachen zahm. Ich klatsche in die Wälder und bin ich wieder wach. Aber es sind noch nicht alle wach, das machen wir. Ach, wie bin ich müde, ach, ich schlaf gleich ein. Doch es ist ja ein Atom, wie kann ich müde sein. Jetzt schlaf mich mit den Fissen und wackeln mit dem Arm. Ich schütze meine Schulter und meine Hände ab. Ich schmecke meine Arme, die meine Wachen zahm. Ich wackeln die Arme. Rebekah und Anne ist es geraten, die Kinder unglaublich zu begeistern. Wir haben sie gefilmt, ihr wisst ja warum, aber ihr als Eltern, wenn ihr euch anmeldet, könnt ihr natürlich mitschauen, wie die Kinder hier mitmachen. Und dann sind sie auf eine Herbstwanderung gegangen und haben auf einmal einen Bauernhof gesehen und Tanja fragt, was gehört mir von Stimmen und vielleicht hören dort die Kinder Stimmen. ... Wie, genau. Röstchen sind dort, wir sind eine Notfall. Kuh. Kuh, genau, ... wie machen dann ihr? Wo Bienen, aniu... Schwin? Wie macht denn ihr? Boah, super, und gibt es noch mehr Tiere auf der Burethinkuell? Ja. Hühne. Hühner wieder. Und die sagen, komm, 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 komm. Dann ist es weitergegangen, ganz fern durch. Dann ist es zum Herbstwald gekommen. Wie fallen Blättchen? Kann man mit diesen Blättchen machen? Auf jeden Fall eine riesige Begeisterung von diesen Kindern. Ihr wisst ja, singen ist wahrscheinlich die eigentliche Muttersprache, die erste Muttersprache eines Kindes. Stimme und Körper sind ja auch die ersten Instrumente. Und singen, musizieren, bewegen, tanzen, das hilft eben, den Alltag zu bewältigen. Und das ist hier aufgefallen, mit dem Engagement der Kinder. Wer emotional eben so ist, wer emotional sich so erfreuen kann, der ist nachher auch beim Lernen viel, viel besser dran. Und das eben beherrschen, ein Blättchen zu heben, in der Hand, einmal auf dem Fuss, einmal auf dem Kopf zu balancieren, das ist eben auch mausig, das gehört eben auch dazu. Schade natürlich, wenn wir die Kinder nicht filmen können, aber ihr könnt es selber fahren, wenn ihr euch anmeldet. Schauen wir mal ein bisschen ein. Ja. Jetzt müssen wir es einmal heben. Jetzt kommt der Wind. Schhhhhh. 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 Du, es lach. Auf der Schulter. Schhhhhh. Auf der Schulter. Nein. Oh, 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 oh. Jetzt machen wir das nochmals. Wir wollen nicht. Rot und gelie Blättli, tanzest mit dem Wind, bis sie alle selber am Boden ohne sind. Und dann kam dann der Wind. Daniel hat Wind gemacht. Natürlich ein riesiger Gaudi für die Kinder. Nach dem Rascheln im Blätterwald nach einem Sturm eine ruhigere Phase. Blättli werden sich langsam beruhigen. Der Wind ging zurück. Nach einer äußeren Phase schlafen alle ein und werden zugedeckt. Das ist Musik auf ganz verschiedenen Ebenen zu lernen zu hören, auf andere einzugehen. Musik heisst aber natürlich auch ein musikalisches Spiel nicht nur mit Bewegung und Sprache, sondern auch mit verschiedenen Materialien. Und jetzt konnten sie verschiedene Instrumente holen. Rasseln natürlich und ein viel anderes. Das war natürlich ein riesiger Gaudi, wenn man das holen konnte. Man war gespannt, was da auf einem zukommt. Das ist überhaupt etwas. Musik so wie Rebecca und Daniel machen, das bringt jedes Mal etwas Neues. Eine Erfahrung mit dem eigenen Körper, mit den Augen, mit den Ohren, zuhören, selber etwas machen, selber aktiv sein, aber auch passiv sich zurückzunehmen. Das alles gehört eben zu der Musik. Das ist Rhythmik, das ist Singen, das ist eben Musik in der Urform, wie man es in der Musikschule und vielleicht sonst niemand anders wirklich so lernt. Und darum ging es darum ein Singspiel, wo man klar hat, wir müssen unterscheiden, wenn die Rassler rasseln dürfen und wenn nicht. Und es geht einfach, um zu schauen, wann die Rassler schlafen und wann sind die Rassler wach. Jetzt müssen wir schauen, ob wir das schaffen. Das ist fast wie ein Rät. Schaffen wir das? Wir müssen ganz kurz hören, wenn die Rassler schlafen und wenn sie wach. Jetzt schlafen sie. Genau. Und das Lieb hat vier Strofen und ich zeige euch immer die Strofe. Und wenn es wie die Rallala kommt, dann wachen wir unsere Rassler auf und dann tun wir die Rassler. Probieren wir das? Gut. Sehr her. Das ist eine tolle Zeit. Dann gibt es Früchte weit und breit. Entschlafen, Jetzt schlafen sie wieder. die Rassler. Das ist eine tolle Zeit. Dann gibt es Früchte weit und breit. Wie die Rallala, 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 wie die Rallala. Jetzt schlafen sie wieder. Boah! Die Äpfel schmecken mir gar sehr, doch Birnen mag ich noch viel mehr. die Rallala, wie die Rallala, wie die Rallala, wie die Rallala. die Rallala. Was ist das? Kastanien. Kastanien. die Rallala, die Rallala, die Rallala, die Rallala. Die Eichen haben einen Hut, dem Mäuschen schmecken die sehr gut. Die Musikschule bietet nicht nur Instrumente, nicht nur Singen an. Die Musikschule wendet sich nicht nur an Kinder im Schulalter, sondern auch an ganz kleine Kinder. Wenn ihr Interesse habt, hier mitzumachen, unter der Musikschule Werdemberg CH, könnt ihr euch anmelden.